Willkommen in Melbourne, dem Ort, den ich seit knapp vier Monaten meine Heimat nennen darf. Heute will ich euch mitnehmen und zeigen, wie das Leben und der Alltag in Australiens zweitgrößter Stadt aussieht. Melbourne liegt im Bundesstaat Victoria, der auch als The Garden State bekannt ist. Dementsprechend gibt es viele Grünflächen und Parks in der Stadt. Nicht nur der Mix aus Natur und Stadtleben tragen zur Vielfalt der Stadt bei. Stadtmerkmal ist die Vielzahl an Graffitis, die sich in unzähligen Straßenzügen wiederfinden lassen. China Beach liegt zwar etwas außerhalb der Stadt, bietet für einen Strandtag aber den perfekten Ausflugsort. Neben Melbourne hält Australien aber auch viele weitere spannende und unglaublich schöne Orte für Reisen offen. So konnte ich während des Semesters bereits Sydney, Airlie Beach und die Whitsunday Islands sowie Cairns bereisen. Gleichzeitig freue ich mich aber auch auf weitere Orte wie Tasmanien, Brisbane und Neuseeland, die ich bald besuchen werde. Bis dann, bis dann, bis dann, bis jetzt Yin QA und D positiv über 1 F oral! Bis dann, bis dann, bis dann�� Luah perhaps 2019. Bis dann, bis dann vollkommen zurück! Bis dann! Bis dann, bis dann! Bis dann bis dann đi Streitst und der Amgarство der 스타 priv lick warm! Auch heute ist meine Tour schon wieder vorbei und ich hoffe, dass es euch vielleicht so gut gefallen hat, dass ihr bald selbst zum Studium hierher kommt. Denn das Leben in Melbourne ist einfach großartig.